Hallo meine Lieben, mit diesem Trick brauchen Sie nur wenige Minuten, um Ihren Teppich zu reinigen. Dafür benötigen wir nur eine Waschmaschinentablette und heißes Wasser und eine Schüssel. Diese Tablette, diese Waschmaschinentablette, schmelzt sich sofort, in ein paar Sekunden. Ein Glasdeckel einwickeln, in ein Mikrofasertuch mit Gummiband festbinden und der Teppich werden in wenigen Minuten gereinigt. Die ganzen Flecken verschwinden, mit diesem Trick. Und das Vorteil ist, der Teppich wird nicht zu nass. Den Tuch immer wieder in Wasser eintauchen, an diese Wasser mit Waschmaschinentablette und immer wieder reinigen. Damit kannst du die ganzen Teppiche reinigen. Und auch die Stoffsofas kann man damit reinigen. Ich finde, ich bin begeistert von diesen Tricks und ich finde, das ist ein genialer Trick, um Teppiche zu reinigen. Stoffsofa glänzend wie neu, in ein paar Minuten. Probiere unbedingt auch diese Tricks mal aus. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schaut euch an, der Teppich sieht jetzt aus wie neu. Ich bin begeistert, fasziniert von diesen Tipps. Ich bin begeistert, fasziniert von diesen Tipps.